Ja, wir haben es ins Wochenende geschafft, Leif. Boah, das wird so geil. Wochenende, Wochenende, Bier, Bier, Bier. Wir könnten, wir könnten noch Gassi gehen. Wir könnten eine Runde im Biergarten gehen. Wir könnten die neue, in der Altstadt, da habe ich eine neue Kneipe in Koblenz gesehen. Da könnten wir hingehen. Wir könnten so coole Sachen machen, Leif. Worauf hast du Bock? Was machen wir? Leif hat Bock, Schnucki. Der will was machen. Oh. Gibt es die Kurschnelldecke? Okay, Leif, wir gehen ganz kurz auf die Couch und machen eine kleine Schmuse-Runde, okay? Okay, wir machen ein bisschen Schmusen auf der Couch, aber dann machen wir noch was, okay? Dann drehen wir voll ab, weil heute ist Freitag und wir sind Jungs mit Schwung.